Jo Freunde, was läuft? Was geht? GameBitzt ist zurück. Eine neue Folge. Wir sind ja wieder im Frumsi Casino. Ich habe ein Balance von Saga und schreibe 10.000 Euro. Heute geht es in der Runde Crazy Time. Lang ist es her, waren wir auch lang nicht mehr drin. Haben wir früher mal eine Runde gezockt. Ich habe ja nicht viel mehr gemacht früher immer als 5 und 10 zu spielen, plus manchmal die Games. Ich glaube, heute wird es ähnlich laufen. Vielleicht habe ich Glück, vielleicht auch nicht. 10.000 Euro die Balance. Wir warten auf die nächste Runde. Hier schreibt einer, she is my mother. Alles klar, Digger? So kann man es auch sagen. Wir gehen rein mit 500 Euro pro Runde. 5, 10 oder halt irgendein Game. Ja. Und let's go. Ich bin gespannt, wo wir heute landen. CoinFlip mal 3, ja dann gehen wir in CoinFlip. Alles gut. Nichts passiert dann. Ja, geh auf CoinFlip. Geh doch auf CoinFlip, das wäre voll nice gewesen. Ja, 500 Euro verloren. So kann es auch gehen, ne? Dass ihr Bescheid wisst. Ja, deswegen gut, dass wir eine gute Balance haben. Das kann hier in eine falsche Richtung gehen. Muss aber nicht. Aber wäre es schön, wenn wir jetzt relativ zeitnah direkt die 5 oder 10 haben. Hauptsache nicht 1 und 2, Freunde. 5, nice. Nehmen wir. Speckt. 1, 2. Zack. Und so sind wir wieder auf 10.200. So kann man spielen. So und weiter. Was? Wir haben gewonnen. 42.000. Also alle zusammen, wollte ich schon sagen. Ich habe 1, 2 gewonnen. Guckt mal hier, Leute. Da bin ich. Der Gäbe Joey. Okay. CoinFlip mal 3. Ja, dann mach mal CoinFlip. Boah, 10. Diese öde 1. Ich weiß gar nicht, wer die spielt. Ich gucke jetzt mal links nach. 4881 Euro. Ja, guck. Das spielen nicht viele. Weil die einfach nicht richtige Spieler spielen, halt die hohen. Weil die einfach, die zahlt doch nichts. Die 1. Das ist eher so einen hohen Einsatz draufballern und dann eben. Das bringt überhaupt nichts. 10 mal 3. Wenn wir jetzt die 10 knallen, dann knallt es komplett. Dann knallt es komplett. Geh auf die 10, geh auf die 10, geh auf die 10, geh auf die 10. Ja, 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 ja. Nein. Nein! 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 Oh, ich kann doch heilen. Der war doch auf der 10, Junge. Gönn doch einfach. Hier, da sind wieder nur die Einsatzspieler, die gewinnen. Junge, die war mal 30. Einmal hatten wir so ein Glück. Damals im Sporthazer Casino, ich kann mich dran erinnern. War ganz frei heftig. 10 mal 4, ja, okay. Alles gut. Dann machen wir jetzt nochmal die 10. Dann knallt es richtig. Komm, dann mach jetzt die 10. Boah, die wird schwierig zu erreichen. Crazy Time, okay. Deswegen spielen wir die komischen Sachen da auch noch mit. Mit 100 Euro, damit wir hier Crazy Time irgendwas noch reißen können. Oh, ich wollte schon sagen, war wieder kurz unscharf, ne? Ja, da bin ich nicht so ingame, aber wir werden flipper-farbe. Ine, mene, meck und du bist weg. Ine, mene, meck und du bist weg. Blau. 200 x max okay sind wir dabei 50 10 50 25 mal 50 das macht 1275 und da sind wir dabei geil gutes ding meine taktik ist gut wäre jetzt gerade noch die 10 gekommen wäre natürlich noch besser aber trotzdem gut wir halten uns gut dafür dass ich jetzt immer mit 500 euro reingehe crazy time und hat übelst potenzial dicken hinzugeben 10 x 3 die 10 müsste jetzt kommen 5 kommt pachinko kommt okay spielen wir ohne pachinko wenn du unbedingt willst let's do it come on ja guck sonst hätten wir ich spiele ja gar nicht so gerne diese spiele aber sonst hätten wir halt mich einfach mitspielen können ja gibt mal 200 dann bin ich dabei dann knallt tut den doch extra so komisch dahin als wenn junge 1 wenn 5.025 ich bin immer noch ein bisschen mit 1 aber wie unfassbar war das jetzt 200 x gekriegt auf 25 euro krank ich hätte gerne ich war so in meinem film ich habe es nicht lesen können wie viel ausgezahlt wurde das muss ich mir nochmal angucken das war ja richtig krank 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 kr äh, weil ich glaube, jetzt kommt eine 10 oder eine 5 was ist das denn jetzt? nein digga, wenn jetzt wenn jetzt wenn jetzt die 10 kommen, warst du dich raus okay, das war auf jeden Fall ein Zeichen, das stand irgendwie Max Bett war 500, man durfte gar nicht höher keine Ahnung, wieso, ich meine, ich habe das schon mal höher gespielt, glaube ich aber egal habe ich Glück gehabt, wir haben noch 14.000 Euro drauf äh, das ist auch gut so ich gehe nochmal eine Runde in Ramzes Book, Freunde mit meiner schönen Balance, die ich mir jetzt erarbeitet habe ach, schmackhaft, ehrlich, schmackhaft und ich habe mich auch gut gehalten, da irgendwie um die 10.000 Euro und jetzt einfach 14.000 drauf jetzt nochmal ein Ramzes auf den 30en und Tag ist gerettet wenn er jetzt nochmal reingeht heftiges Ding, Crazy Time echt gute Dinge hatten wir schon dabei, ne sehr gute Dinger dabei okay, Ramzes, mein lieber Ramzes kannst du mal ein bisschen was anbieten na, Kitzel der Bücher ich nehme auch wohl 3 ja 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 mit 465 Euro rein nice einfach nice geile Session heute was soll ich sagen, Freunde einfach geil schmeckt so jetzt Blume und dann voll cool okay, schreien ei ei gut, wenn der 4x kommt, 5x, dann knallt es richtig man muss es halt erstmal hinkriegen komm komm schon ach doch, wenigstens in 3er ersten beiden 900 Euro komm jetzt naja schlecht 915 Euro auf 30 Euro das war schlecht das war echt schlecht du müsstest direkt wieder reingehen ey, für so eine Aktion jetzt komm ich habe irgendwie dran geglaubt, dass er reingeht was waren das für Freispiele, Freunde Müll Scam ja und da sind wir wieder drin bam wollte schon sagen wollte schon sagen äh, sind wir zurück nice, 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 nice und jetzt was knallen cleane Runde ok das sind auch 3000 Euro in der Vollmacht ich sag's noch ja 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 3000 3.000 Euro schön 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 3.300 auf den Tacho boah lecker schmecker geil Ramses danke danke 3600 Euro 3600 Euro hoch auf 17.000 Euro boah ist das eine geile Session ist das schon wieder nice da kann man sich nur freuen heftig 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 nice richtig unreal heute die Session gefällt mir wieder schön 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 gute Hits dabei nice 300 Euro nehme ich ja geh rein geh rein das wäre unfassbar das wäre unfassbar gewesen jetzt nochmal reinzukommen ja ich glaube mit so einem Lack da gehe ich doch nochmal eine Runde im Coltsaloon Blackjack und guck mal was hier nochmal abgeht ob wir die Balance nochmal ein bisschen hochspielen könnten klar man kann damit schon sehr zufrieden sein sehr sehr zufrieden aber ich will es nochmal wissen heute wir gehen nochmal in Blackjack ach was soll der Geilste für machen so 3000 Euro Einsatz let's go Goldsaloon Blackjack komm 3 2 7 fuck 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 nein nein ja ok hätte ich eh machen können was ich will ich lasse es auf keinen Fall nach let's go jetzt beide Hände gewinnen und ich bin wieder weg ich lasse beide stehen weil er eine 6 hat einfach nur die 10 drunter und dann überkaufen 10 10 10 jeee und so schnell sind wir wieder auf 17.592 aber knapp ich gehe runter 1500 Euro Einsatz boah das war auch ah ja jetzt kriege ich einen Blackjack oder was ja egal nämlich nice nice ein Blackjack gekriegt aber ich sage euch hätte ich dann wieder den Hoheneinsatz gehabt wäre es nicht gekommen aber ey ich will nicht meckern jetzt eine 10 drauf und dann habe ich 21 21 das wäre natürlich richtig krass ja 17 ja das sind die Momente da musst du gewinnen ne weil sonst geht es dann wieder auch ganz schnell in eine andere Richtung mit der Balance nice er überkauft sich wieder 19.300 3.262 gewonnen sehr sehr gut 2300 Euro Einsatz boah jetzt beide Gewinnern sind wir bei über 20.000 Euro das wäre heftig aber dann hätten wir auch eine 3er Streak 18 lasse ich stehen 3.13 boah machen wir irgendwie 7 8 10 Junge das ist richtig oder aber egal dann kommt jetzt ein niedriger 7 mein Gott die hätte ich gebraucht 10 yes Arich lass da einen kommen ich habe 19.200 Euro drauf hat mega Bock gemacht ja und sehr viel Glück dabei gehabt heute also wirklich richtig krass ja macht euch bewusst man hat nicht immer so viel Glück falls ihr auch doch mal zocken wollt checkt die Links in der Videobeschreibung vergesst nicht Glücksspiel kann sich dem Antspiel bitte nur mit dem Geld was ihr überhaupt haut rein macht es gut bis morgen Heikevitsch und ciao